Was das ist? Rum? Rumrinde Das ist die Teebaum Teebaum? Das ist Badesau Oh, dann tut's wie Lowbeer Aber natürlich Von welchem Baum ist das jetzt? Kann er nicht Das ist noch Teebaumöl Teebaumöl ist nicht schlecht Teebaumöl ist eben Ich würde auch sagen Teebaumöl Was habe ich jetzt hier im Bus? Bringsmory Genau Von Holland Das ist der Kampferbaum Und dann hat man hier angepflanzt wegen den Türen. Ein was? Kampfer. Und welche ist das hier? Dann macht man dann natürlich Möbel. Und die Leute haben das viel benutzt wegen den Türen. Und dann anschließend hat man das auch benutzt, um ein Schießmodell zu machen. Ein kleines Schießmodell hat man viel benutzt.